so hallo ich bin's wieder unser siebter teil heute in den ferien hobengang vorwärts wird so ähnlich sein wie unser erstes thema rückwärts deswegen einige wiederholungen für euch aber ist ja nicht so schlimm schade ich euch nicht gut heute wieder mit koko wir erwärmen uns wir starten mit laufen am ort wir wechseln zum spatz denkt dran die knie sind eisenstangen alles ist fest ihr dürft ruhig springen wenn ihr oben seid in der luft dürft ihr die zehen durchdrücken alles ist fest arme sind fest nichts wackelt mehr hin und her einbein sprünge so höre das knie mindestens 90 grad seht ihr das genau da ist unser springen 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 ohne pause und oben lassen das knie die letzten sprünge wir haben es gleich hoch das knie und wechsel andere seite 90 grad wieder die zehen sind durchgedrückt zeigen zum boden schön oben lassen das knie und stopp so skippings das habt ihr eigentlich schon am anfang gemacht wenn ich kommando gebe wird es schneller und wenn ich wieder kommando gebe wird es langsamer also skippings also skippings lasse ich mal seitlich drehen das ist alles sehr ganz normale skippings und wir werden schneller und noch schneller richtig schnell sind wir jetzt und wieder langsamer und wir werden wieder schneller noch schneller und ganz schnell und wieder langsamer und wieder langsamer und wieder langsamer gut nächst nilfle握en anfersen wenn die Senior mit der Neue Übung Knie weit nach oben Weit nach hinten Knie ist durchgedrückt Wenn wir das hinten aufsetzen Hoch, zurück Das müsst ihr gar nicht schnell machen Nur sauber Zehen sind gestreckt Knie über 90 Grad Nach vorne Weit nach hinten wieder abstellen Grad das Knie Hier muss man sein Gleichgewicht halten Schön hoch das Knie Und andere Seite Und andere Seite Und andere Seite Und wir wechseln jetzt ab mit Armkreisen, dreimal Armkreisen, anderes Bein, Armkreisen. Denkt an das hintere Knie, das ist ganz gerade. Das hintere Knie ist ganz durchgedrückt. Und dann wechseln wir mal die Richtung mit dem Armkreisen, der rückwärts, der kreist vorwärts. Und dann wechseln wir mal die Richtung mit dem Armkreisen. Und dann wechseln wir mal die Richtung mit dem Armkreisen. Gut, wir scheren vorwärts. Hände in die Hüfte. Die Knie sind fest, die Zehen sind durchgedrückt. Seitwärts. Schön hochgehen mit eurem Bein. Knie sind fest. Und rückwärts. Und rückwärts. 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 Neul. Rauh. Verfängwärts. Und rückwärts. �wärts. Tilemark. Der Elefant. 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 Über 30 Mal jede Seite. Über 30 Mal jede Seite. Gut, wer fertig ist, geht den Stopp dringend. So, dann brauchen wir unsere Wand. Wir starten mit den ersten Vorübungen. Und zwar unseren Einbein-Handstand. Denkt immer dran, aus dem Stemmschritt zurück in den Stemmschritt. Ihr müsst noch gar nicht mit eurem Standbein abheben. Guckt, zeigt mal, wenn das Standbein noch am Boden bleibt. Genau, das ist einfach ein Rückspreizen. So, aber das ist ein Einbein-Handstand. Ich darf es schon richtig nah zur Wand gehen. So, und jetzt steigert ihr euch immer mehr. Das Standbein geht immer mehr ab. So, 10 Mal in den Einbein-Handstand hochschwingen. Das geschwungene Bein darf die Wand berühren. So, 10 Mal in den Haaren. So, 10 Mal in den Einbein. So, 10 Mal in den Einbein-Handstand hochschwingen. So, 10 Mal in den Einbein-Handstand hochschwingen. Die Anfänger, die noch keinen Handstand beherrschen, bleiben beim Einbeinigen auch wieder zehnmal aufschwingen in den Handstand und wieder zurück in den Stämmschritt. Gut, dann probieren wir das Ganze frei. Legt euch eine Decke oder eine Matte dahinter, falls ihr umkippt, dass ihr weich landet. Also, aus dem Stämmschritt, in den Stämmschritt, aufschwingen in den Handstand und wieder zurück. Und wieder zurück, genau. Wieder zehnmal. Die Anfänger können es ebenso frei machen, mit Einbeinigen. So, jetzt müsstet ihr es so langsam geschafft haben. Okay, wir gehen wieder zurück zur Wand. Wir machen so einen schnellen Tick-Tack. Das heißt, die Bücken bleibt oben, 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 unten. Nur die Beine gehen hin und her. Zehnmal. Bis das erste Mal immer nicht ganz hochkommen. Bleib unten, oben, oben. Zack, zurück und wieder hoch, genau. Die Hände bleiben gestützt, nur die Beine arbeiten. Die Hände bleiben am Boden. Ihr dürft ein Stück weiter weg von der Wand. Wenn ihr Zehn habt, schüttelt mal bitte eure Hände aus. Also, wir setzen die Hände weiter weg von der Wand auf. Nicht zu weit weg, Meter etwa. Armbreite. Zünder geht ihr weg von der Wand. Da sind eure Hände, die ihr aufsetzt. So, dass ihr wirklich im Spagat stehen könnt. Dann krabbeln wir die Wand runter. Gehen in die Brücke. Krabbeln wieder hoch und gehen wieder zurück. Wir machen das mal langsam. Ihr seid weit genug. Im Tick-Tack runterkrabbeln. Wieder hochkrabbeln. Wieder denkt dran, im Spagat. Beide so weit, es geht auseinander. Und wieder zurück. So, das Ganze zehnmal. Lasst euch Zeit. Ups, die Arzt sind Pfosten. Deswegen ist es kritisch. Also, wenn ihr zu nah an der Wand seid, wird es kritisch mit dem Runterkrabbeln. Ihr müsst weit genug weg sein. Aber so, dass ihr das Bein auf die Wand berührt, müsstet ihr selber ausprobieren, wie weit ihr weggehen könnt. Und dann machen wir noch Arzt. 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 Kratz vielleicht runterbücken. Und dann geht es wieder nach hinten runter. Und dann geht es wieder nach hinten runter. gut, jetzt probieren wir das Ganze klein, stellt euch auf eure Decke oder Matratze, je nachdem, umso breiter ihr steht, umso einfacher wird es runter zu kommen in die Brücke, macht euch ganz groß, Arme zeigen zur Decke oder zum Himmel, guckt eure Hände an, die Hände werden nah zu den Füßen aufgesetzt, also aus dem Breitstand gehen wir in die Brücke runter, jetzt dürft ihr runter gehen, ins Päckchen und wieder aufstehen. Und noch einmal. Gut, ins Päckchen, schön rund machen, so, jetzt probieren wir wieder hoch zu kommen, also wir gehen runter, in die Brücke und dann versuchen wir wieder hoch zu kommen, hier müsst ihr eure Knie leicht nach vorn verlagern, dass das klappt, also runter in die Brücke, jetzt aber wieder hoch, also mit den Händen rankrabbeln, genau, super, noch vier. Sehr gut, noch einen letzten für jeden, gut, nochmal ins Päckchen gehen, so, jetzt können wir das Ganze mit Schwung machen, wir schwingen in den Handstand auf, lassen uns umkippen in die Brücke und nutzen diesen Schwung, um gleich wieder aufzustehen. So, also aufzustehen, also aufzustehen, eben den Handstand, umkippen in die Brücke und versuchen mit beiden Füßen landen und den Schwung mitnehmen zum Aufstehen, genau, wieder fünfmal insgesamt für jeden. Und noch einen. So, jetzt für die Fortgeschrittenen, wir probieren das jetzt einbeinig. Mit einem Bein aufzustehen, beziehungsweise in Schrittstellung gehen, zack, zack, seht ihr das? Erst ein Bein und das zweite wird davor aufgesetzt. Versucht mal bitte so aufzustehen, wenn ihr das nicht schafft, überhaupt nicht dramatisch. Zwei Versuche. Zwei Füden. Zwei Füden. Und noch einmal. Zwei Füden. Zwei Füden. Dann haben wir es auch schon. Gut. Wer will, darf das noch ein paar Mal machen. Guckt euch ein gutes Fleckchen auf der Matte auf jeden Fall, falls ihr es nicht schafft. Wir machen noch ein bisschen Krafttraining. Weil wir haben jetzt unseren Rücken sehr beansprucht. Und zwar, wir kombinieren ein halbes Klappmesser auf den Bauch drehen, ein Rückendipp. Wieder zurück, ein halbes Klappmesser auf den Bauch drehen, ein Rückendipp. Guckt euch, zeigt einmal, als Klappmesser, nee. Zack. Ein Rückendipp. Wieder zurück auf den Rücken. Genau. Und wieder auf den Bauch. So, ich zähle. Noch acht. Noch sieben. Noch sieben. Noch fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch eins. Und Pause. So, ihr habt euch jetzt sicherlich, so wie die Kuppe, immer nur in eine Richtung gedreht. Jetzt machen wir das Ganze in die andere Richtung. So, zweite Runde, gleiche Aufgabe, andere Richtung drehen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Super. Nächste Übung. Wir gehen in den seitlichen Unterarmstütz. Wechseln in den doppelten Unterarmstütz. Auf die andere Seite. Und immer einmal wippen. Wippen. Vorrück. Wippen. Also, mal gucken. Also, vorrück. Wir gehen hier einmal nach vorne, einmal zurück. Jetzt wechseln wir in den seitlichen Unterarmstütz. Gehen einmal tief, einmal hoch. Wechseln wieder in den. Genau, einmal zurück und in den seitlichen. Sehr gut. So, ich zähle. Wir sind schon bei eins. Zwei. Richtig schön aus den Füßen vor, zurück. Drückt euch mal nach vorne und wieder zurück. Wir sind bei drei. Vier. Fünft. Sechs. Sieben. Acht. Zurück. Und runter. Neun. Und nochmal eine Rumpel hier. Sehr gut. Eine Übung habe ich noch. Und zwar, wir krabbeln in die Raupe nach vorn, zurück zum Berg. Oh, und wir müssen dann wieder nochmal nach hinten geschützt werden. Also Raupe, wiegestützt, zurück. Ja, wir müssen dann wieder nach hinten gestützt werden. Ja, wir machen so, wir sind nie gestützt. Genau. Und die Arme krabbeln. Arme krabbeln, bitte. Ja. 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 So, schau mal jetzt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Sehr gut. Heute ausgiebiges Dähnen. Hausecke. Wenn ihr jemanden habt, der euch quillt, der darf hier eine Rücke nicht mehr unterschütteln. eine Schließe. Eine Schließe. Ja. Dann. Eine Schließe. Oberschenkel so weit wie es geht öffnen, Unterschenkel 90 Grad Winkel. Dann geht ihr bitte an eine Wand, der Unterschenkel ist an der Wand, der andere Fuß nach vorne wie beim Spagat, also Knie aufsetzen, ganz nah an die Wand ran, das andere Bein nach vorne schieben, eine Hand rechts, eine Hand links, gerade sein. Wenn ihr es jetzt noch schafft, euch abzusetzen, dürft ihr die Wand hin und zurück und zurück und zurück und schiebt euch mal ein Stück in die Hand, das kommt ein bisschen weit weg. Bleiben immer noch in der Position. Und wir wechseln die andere Seite. Wechseln die andere Seite. So, dann dürft ihr an die Wand mit dem Popo ganz nah ran, die Beine öffnen. Wir machen es jetzt hier hinten an der Wand. Wenn ihr Langeweile habt, dürft ihr auch so eure Bücher lesen. Schadet euch nicht. Also ganz nah ran mit dem Popo. Wenn ihr jemanden habt, der euch trägt, ihr dürft gerne ab und zu eure Fersen unterschieben. Ich wünsche euch mal dort sein. Und die Position Relaxed halten. 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 Ewig halten. Wir dehnen aber weiter. Rutschbahn. 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 Andere Seite. Und jetzt bitte noch alle drei Spagate, jeder für sich. Immer auf 30 zählen, bevor ihr die Seite wechselt. Jetzt ist es gerade, die Phase zeigt zur Decke. Und die letzte Seite. Eine ruhige Frau, die wir uns heute nicht rausdehnen. Wir haben, glaube ich, geniht. Gut, das soll es auch schon gewesen sein. Und ich hoffe, nach den Pfingstferien können wir dann endlich wieder normal weiter trainieren. Aber so wie es aussieht, besteht die Möglichkeit, dass wir uns dann alle nach den Ferien wieder hier live bei uns in der Schule sehen. Also, tschüss, ciao. Ich wünsche euch noch schöne Restferien. Bis bald.